Oliver und Amira Pocher haben aus ihrer Ehekrise nie ein Geheimnis gemacht. Aus der Krise wurde nun allerdings eine Trennung und schon in einem vorherigen Podcast-Gespräch der beiden wurde mehr als deutlich, was der Grund für das Liebeshaus sein dürfte. Die Ehe von Oliver Pocher, 45, und Amira Pocher, 30, stand schon länger auf wackeligen Beinen. Schon vor Wochen machten der Comedian und seine Frau in ihrem Podcast die Pochers Publik, dass sie gerade eine schwierige Zeit in ihrer Beziehung durchleben. In ihrer neuesten Podcast-Folge bestätigten sie nun das, was viele Fans schon ohnehin munkelten. Sie haben sich offiziell getrennt. Amira Pocher Ja, das was. So erklärte Amira Pocher im Podcast mit ihrem noch Ehemann sehr sachlich. Es wäre mal Zeit, die Leute aufzuklären, weil ja spekuliert oder auch nicht spekuliert wird. Aber wir dachten uns, dass wir das hier, auf diesem Wege, wahrscheinlich am besten sagen können. Und, wir sind getrennt. Ja, das war's. Sie war es auch, die das Liebeshaus letztendlich wollte, wie Oliver in dem Gespräch leicht gereizt sagte. Und es ist nicht überraschend, dass sich seine ehemalige Partnerin und Mutter von zwei seiner Söhne zur Trennung durchgehungen hat. Schon in einem vorherigen Podcast-Gespräch der beiden wurde mehr als deutlich, dass Amira ein grundsätzliches Problem mit Olli hat. T. Amira Pocher beschreibt schon ihre Nachfolgerin. In einer vorherigen Folge des Podcasts beschrieb sie schon ihre zukünftige Nachfolgerin. Ein Attribut, das die künftige Frau Pocher ihrer Meinung nach definitiv mitbringen wird. Sie ist jung. So diskutierten Oliver und Amira in ihrem Podcast über Altersunterschiede in Beziehungen, und die Zweifach-Mama urteilte schonungslos ehrlich. Du würdest dir niemals eine gleichhaltige Frau suchen. Weiter erklärte sie ihre Aussage. Männer, die eine gewisse emotionale Reife nicht haben, suchen sich immer jüngere Frauen. Schwache Männer suchen sich immer schwache, junge Frauen. Uff, das saß. Und es ging noch weiter. Ein gestandener Mann, der mit sich selbst im Reinen ist, der eine emotionale Intelligenz besitzt, der weiß, was er will, was er kann, was er hat. Warum sollte der sich ein 22- oder 23-jähriges Mädchen suchen, die überhaupt nicht auf seinem Stand sein kann? War das der Trennungsgrund? Es ist gut möglich, dass Oliver Pocher in den Augen von Amira Pocher eben nicht die emotionale Reife besaß, die sie von einem Partner verlangt. Und dass der Moderator eben nicht so gestanden war, wie sie sich ihn wünschte. Amira Pochers Aussagen ließen Oliver in jedem Fall in keinem guten Licht dastehen. Aber auch sie selbst nicht. Schließlich war sie erst 24 Jahre jung, als sie sich in den damals 38-jährigen Oliver Pocher verliebte. Laut Amira sei sie allerdings damals viel erwachsener gewesen und Oliver viel kindlicher. Die beiden hätten sich also in der Mitte getroffen. Oliver Pocher Ist er emotional schwach? Oliver Pocher, angestachelt von den Aussagen seiner Ehefrau, fand die Diskussion interessant und erklärte, dass eine mögliche neue Partnerin durchaus gleichhaltig sein könne. Das wollte Amira aber nicht so stehen lassen. Du mit deinen 45 Jahren würdest niemals eine 40-jährige Frau an deiner Seite suchen. Ich gebe es euch jetzt schon schriftlich. Das wird es niemals geben. Auch das genaue Alter einer künftigen Partnerin wollte Amira Pocher in dem Gespräch schon ganz genau wissen. Ich sag 24. einen möglichen Grund, wieso seine Frau damit dann doch recht haben könnte, wusste der Komiker dann aber schon. Weil die Männer sich noch fortpflanzen können, suchen sie sich dann eine jüngere Frau. Daraufhin meinte Amira schlagfertig. Bitte pflanze du dich nicht mehr fort. Olli Ich glaube, fünf Kinder reichen. Mit Elzandra Meyer-Wölden, 40, hat Oliver Pocher noch drei gemeinsame Kinder. Ob Amira Pocher mit ihrer Einschätzung, dass Ollis nächste Partnerin 24 Jahre jung sein wird, wirklich recht behalten soll, kann nur die Zukunft zeigen.